Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute, wie ihr, wenn ihr einen Kugelschreiber habt, der nicht mehr schreibt, ihn wieder zum Gehen bringt. Und nun viel Spaß beim Video. Ja, das Ganze ist total einfach. Ihr macht den Kugelschreiber einfach an, sodass die Mine heraussen ist. Und dann tippt ihr mit eurem Zeigefinger ein bisschen auf eure Zunge. Damit er feucht wird. Und nun auf den Kugelschreiber, auf die Mine hinauf, das Feuchte. Ja, und nun müsste der Kugelschreiber eigentlich wieder gehen. Und siehe da, er geht wieder. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch geholfen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ciao Leute.